Was geht Leute? Hier ist Sebastian Reyners. Ja, ich weiß, lang nicht gesehen, lang nicht gehört und trotzdem direkt wiedererkannt. Ich war ja die letzten Monate weg und falls ihr euch fragt, warum ich weg war, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal direkt zum Intro und dann erzähle ich euch alles, was euch interessiert. So, wo war ich während meiner Abwesenheit? Die letzten drei Monate, drei, vier Monate müssen es mittlerweile sein. Ich glaube, seit August habe ich kein Video mehr hochgeladen auf YouTube. Das liegt einfach daran, dass ich die letzten Monate dazu genutzt habe, intensiv einfach mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen. Das heißt, ich habe mich mehr in der Persönlichkeitsentwicklung und auch in der spirituellen Entwicklung weiterentwickelt, weil ich einfach gesagt habe, komm, im Internetmarketing ist es so, du hast im Sommerbereich meistens eine Sommerpause. Ja, das ist auch ein Sommerloch, so wird das auch genannt, in jeder Branche eigentlich, dass dort der Vertrieb und der Verkauf immer am schwierigsten ist. Und deswegen habe ich mir gesagt, komm, wenn das eh passiv läuft bei mir, dann mache ich jetzt mal ein bisschen mehr was für mich und hustle dann im Winter wieder durch. Das habe ich auch gemacht, aber das erfährst du gleich. Erstmal ist ganz, ganz wichtig, wir sind umgezogen, wie du hier vielleicht schon siehst. Wir haben ein neues Büro und ich bin heute extra früher gekommen, um dir das zu zeigen, damit du dir das mal angucken kannst, weil wenn das ganze Büro voll ist, ist es immer ziemlich schwierig, hier so eine Roomtour zu machen. Deswegen nutzen wir diesen Moment und ich führe dich mal direkt rum. Wir fangen an im Eingangsbereich vom Büro. Das ist hier circa, also relativ eng. Deswegen bin ich auch froh, dass ich hier nicht arbeiten muss, in diesem Eingangsbereich. Aber du siehst, hier ist die Tür und dann geht es hier auch direkt rein. Hier sitzt unsere Sekretärin und noch ein Hilfling. Ich kenne den gar nicht so gut, aber ist auch egal. Gehen wir hier weiter. Das Büro ist auf jeden Fall circa doppelt so groß wie unser altes. Wir mussten einfach umziehen, weil wir ordentlich aufgebaut haben und ich auch unbedingt aus dem alten Büro raus wollte. Hier sind wir im Flur und hier haben wir das Zimmer oder das Büro von unserem Azubi. Azubi, ja, unser Azubi hat ein eigenes Büro. Das finde ich halt Weltklasse. Ist aber nicht meins. Deswegen, also ich habe kein eigenes Büro, weil ich da mich ganz klar gegen ausgesprochen habe, weil ich ja mit den anderen Leuten zusammenarbeiten muss. Wir haben hier die Küche. Ist noch extrem unausgebaut. Das heißt, du siehst, wir haben... Wir haben nicht mal einen Kühlschrank, oder? Nope. Wir haben keinen Kühlschrank und wir haben auch keinen Ofen und gar nichts. Also wir haben eigentlich... Wir bestellen immer Essen. Hier haben wir unsere Garderobe. Da hängt jetzt nur meine Jacke zum Glück. Ja, hier haben wir eine Toilette. Das ist, glaube ich, recht uninteressant. Hier haben wir das Büro vom Chef, wo ich hier mal mit arbeite. Das heißt, ich arbeite ja direkt mit den Chefs des Unternehmens zusammen. So, ich muss einmal die Kamera wechseln. Ja. Ist also auch recht unspektakulär. Wir haben hier noch so kleine Meetingssätze. Meistens sitze ich da drin, wo ich aber noch öfter bin. Ist im Meetingraum, und zwar hier. Das ist persönlich mein Lieblingsraum. Hier hast du einfach mehrere Plätze. Hier sind unsere Calls, hier ist unser anderer CEO. Wir haben hier regelmäßig Besprechungen. Ja, wir haben hier Online-Marketing-Meetings. Also wenn eine Kooperation anstehen. So, ihr könnt es einmal gucken. Dann wird hier alles aufgestockt. Also dann werden alle Stühle geholt, die es gibt. Und dann wird einfach hier Platz für Platz überall Laptops. Und das ist immer richtig geil. Vielleicht mache ich davon auch mal ein paar Videos. Wenn es dann mal so weit ist und wir das abfilmen dürfen. Die meisten Sachen sind ja sehr intern. Das soweit zum Büro. Ich hoffe, es gefällt dir. Denn du wirst mich hier auf jeden Fall die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, ich weiß nicht. Wir wollen auf jeden Fall nochmal umziehen. Das ist irgendwie so unser Ding. Wirst du mich hier sehen. Entweder statisch oder dynamisch. Und ich versuche das jetzt ein bisschen mehr zu... Ja, ich versuche immer ein bisschen mehr Vlogs zu machen. Jetzt wird es auf jeden Fall richtig krass abgehen. Ich plane jetzt wieder mit YouTube richtig durchzustarten. Weil jetzt natürlich wieder Winter ist. Und ich auch wieder so ein bisschen meine Passion in dem Bereich gefunden habe. Ich bin jemand, ich muss mich immer ein bisschen abwechseln. Und was ich jetzt noch business-technisch gemacht habe, erfährst du jetzt von mir. So, was das business-technische angeht, habe ich mir einfach überlegt, was will ich langfristig machen. Ja, und ich habe einfach irgendwo gesagt, ich möchte euch natürlich helfen. Deswegen mache ich ja auch diese Videos. Und ihr könnt euch darauf einstellen im Bereich Ende Januar. Und dann nochmal zweieinhalb Monate drauf. Da wird euch so viel Content hier erwarten. Ich gehe davon aus, dass in dem Zeitraum über 100 Videos online kommen werden. Pures Online-Marketing-Training. Das heißt, das ganze Training, was ich hier bereits auf dem YouTube-Kanal online habe, das ist ja viel im Bereich Online-Unternehmertum und Online-Vertrieb. Ich möchte jetzt ganz speziell mit euch auf Online-Marketing-Techniken eingehen, die ihr einfach für vollautomatisiertes Verkaufen benutzen könnt, weil das einfach noch besser funktioniert. Ich bin in dem Bereich jetzt seit circa zwei Jahren und kann mich nicht beschweren. Natürlich komme ich auch aus dem Online-Vertrieb und auch aus dem klassischen Vertrieb. Aber jeder macht mal seine Entwicklung. Deswegen, wir haben glaube ich schon ein bisschen genügend Videos zum Thema Vertrieb hier online. Ich meine über 100 Videos. Und deswegen wird es langsam Zeit, dass wir mal ein bisschen Online-Marketing hier zusammen machen. Und das kann ich auch erwarten. Ich habe ab Oktober angefangen, wieder ein neues Projekt aufzubauen, wo euch einfach ein neues bisschen erwartet, weil ich natürlich sehe, wie immer mehr Scheiße hier passiert. Deswegen ganz, ganz wichtig, im ersten Link in der Videobeschreibung kannst du dir ein kostenloses Training von mir runterziehen. Also einfach downloaden. Das ist ein Videokurs. Und ganz, ganz wichtig, dort erkläre ich dir, was die größten Lügen der selbsternannten Online-Buche sind. Außerdem hast du die Möglichkeit, mein Produkt zu holen. Das habe ich komplett erstellt. Das sind über fünf Stunden Trainingsmaterial. Und da erkläre ich dir Schritt für Schritt von A bis Z, wie du dein eigenes Online-Business aufbaust. Und zwar extrem hochwertig. Das heißt, du kennst, wenn du jetzt mich schon länger abonniert hast, oder schon mehr Videos von mir geguckt hast, du kennst mich wahrscheinlich mehr als jemand, der gerne vor der Kamera steht. Tatsächlich bin ich in diesem Videokurs, in diesem gesamten Produkt, nur 10% der Zeit vor der Kamera. Das war ziemlich anstrengend für mich, das abzugehen, weil ich nur Screen Capture Videos gemacht habe. Das heißt, ich habe dir live am PC gezeigt, wie du deine eigenen Seiten aufbaust, wie du dein eigenes Business aufbaust, wie du Marktanalyse betreibst, wie du dein Produkt erstellst, wie du das Produkt einbindest, wie du YouTube-Marketing betreibst und wie du Facebook-Marketing betreibst. Fünf Module, alle hinterm PC. Du siehst alles live, du kannst alles direkt nachmachen. Kein theoretischer Scheiße noch. Ich habe mich weiterentwickelt. Und du hast halt noch das kostenlose Freebie von mir, weil natürlich du oftmals in diese Situation kommst, wo du von Online-Gurus, also selbsternannten Online-Gurus, abgezogen wirst, weil die natürlich nur dein Geld wollen. Die wollen ja dir nicht helfen oder sowas. Falls dich das interessiert und du da dich selber und deinen Erfolg schützen willst, einfach den ersten Link in der Videobeschreibung, hol dir erst das Freebie und anschließend wirst du, wenn du alles richtig befolgst, auf das Produkt weitergeleitet. Das kannst du dir auch angucken. Und wenn es dir gefällt, kannst du es für sieben Tage kostenlos testen. Wenn es dir dann nicht gefällt, schreibst du mir eine E-Mail. Ansonsten, du kannst jetzt hier auf die Infokarte klicken oder auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen, selbst wenn es nur im Freebie ist, weil ich verspreche dir, langfristig wirst du um mein Frontend-Produkt, also meine Business Mastery, das ist mein Frontend-Produkt, nicht herumkommen. Also, wir sehen uns auf der nächsten Seite. Jetzt der erste Link in der Videobeschreibung und ich freue dich bald auf weitere Videos von mir. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo.